Sie liegt im Tal der Könige, aber Tutmosis, ihr Halbbruder, hat auch ihr Grab zerstören lassen. Aber die Mumie hat man schon gefunden, das habe ich Ihnen gesagt. Das ist heute in Kairo im Museum ausgestellt. Das war nur ihr Totentempel. Und das Grab liegt auf der anderen Seite vom Berg, diese Seite, die Tal der Könige. Aber links von dem Hatschepsutempel drüben, es gibt ein Tempel. Dort sieht man von hier deutlich Terrasse und Rampe, aber dort uran. Aus der Zeit 2100 Urpflicht. Hatschepsutzeit 1400 Urpflicht und tatsächlich Terrassentempel. Das ist ungewöhnlich gebaut für die Tempelbaukunst damals. Kommen Sie bitte ein bisschen weiter.